Leute, der Moment ist gekommen, auf den wir wirklich jahrelang gewartet haben. Heute ist was passiert. Hätte ich selber nicht mitgerechnet. Valve hat uns exklusiv Half-Life 3 in die Redaktion geschickt. Der absolute Wahn. Willst du es auch mal halten? Es ist großartig. Es ist ein wenig, als ob man Gott in den Händen hält. Ja. Auch dieses Cover. Dieses Cover. Ihr müsst euch das angucken. Diese Artwork. Wirklich der absolute Hammer. Ich würde sagen, bevor wir jetzt viele Worte verlieren. Wir springen direkt ins Spiel, weil wir haben jetzt kurz schon mal das Tutorial gespielt und es ist das Beste. Es ist einfach so geil. Es ist wirklich so geil. Es ist wirklich unbeschreiblich. Guck dir das mal an. Ich krieg richtig Gänsehaut. Fass mal an. Reib mal bitte. Reib mal bitte. Ich spiel mal ne Runde. Wie du hier siehst. Das ist jetzt so ein bisschen, hat so ne Grafik wie ... Der Wahnsinn ist halt, man sieht in dieser Szene halt ... den man sich vorstellen kann. Diese Physik. Wahnsinn. Ich hätt gar nicht ... Die Portal-Kanone hat tatsächlich noch ... Der absolute ... Krass. Alter. Ja, ey. Das muss man ... ... haben. Beiseit werdet ihr noch ... Enkeln erzählen. Feine vor Freude. Ich kann ... ... noch ne Runde. Ja. Du Schatzeste. Los. Zieh sie aus. Steckt also hinter dem G-Man. ... Musik ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.